So, der Baum hier nervt mich noch, weil ich dann nicht wirklich sehe, was ich da tue. Und da ist auch schon die Bestellung geliefert worden. Okay. 13 14 15, ich hoffe ich habe mich nicht verzählt 16 17 18 18 Da wollen wir doch mal schauen, wie viel ich auf diesen Feldern hier verstaut bekomme 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 25 25 25 25 jetzt wäre irgendwie geil wenn es eine Möglichkeit gäbe hier mehr Zeug schneller umzugraben dauert ja zum Glück überhaupt nicht lange ja zum Glück Ja, das dauert jetzt leider ein bisschen Und da ist auch dann erstmal kein Platz für die Bäume, glaube ich Sondern nur für alles andere Also ich weiß nicht, ob alles andere, aber ein großer Teil auf jeden Fall Schauen wir mal Oh mein Gott Und Wenn ich jetzt daran denke, dass ich die ganze Fläche dann gleich noch umgraben muss Also hier, äh Hacken muss Ach Junge So Ah 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 Vielen Dank. Wollen wir doch mal ein bisschen Spaß dabei haben, während wir das schon umgraben. Dann mache ich halt spiralmäßiges Umgraben. Nein, böse. Boah. 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 Gut, ja ich werde langsam müde Ich will das hier noch zu Ende graben und dann gehe ich pennen, ich hoffe ich schaffe das auch noch So und jetzt aber schnell ins Bett Und dann gehe ich pennen, ich werde langsam müde So, die Küche ignoriere ich jetzt einfach Die Katze ist vollkommen glücklich wie mir scheint Das scheint also wirklich damit zusammen zu hängen wie die Taverne läuft Wie sehr die Katze mich mag Hä, hä? Das wächst einfach wieder zurück Oh Gott